Bedeutet das eine reale Rentenkürzung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Diskussion hört ja nicht auf. Erhöhung des Renteneintrittsalters von dem 67. Lebensjahr auf das 69. oder 70. Lebensjahr. Ganz vorne dabei die Arbeitgeberverbände und natürlich auch konservative Kreise in unserem Land, die letzten Endes sagen, das Wundermittel der Rettung der gesetzlichen Rentenversicherung ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit auf 69 und 70 Jahre. Aber was bedeutet das im Einzelnen für uns alle, für Sie als kommende Rentnerinnen und Rentner? Meine Damen und Herren, das ist doch ganz klar. Wenn Sie mit 63 in Rente gehen wollen und wir haben eine Regelaltersrente von 70, dann kriegen Sie Mordsabschläge. Das heißt also Abschläge von Ihren erdienten, hart erarbeiteten Rentenpunkten. Und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das bedeutet für Sie eine reale Rentenkürzung. Und nicht nur eine reale Rentenkürzung wegen den Abschlägen, sondern Sie zahlen ja dann letzten Endes auch viel weniger in die Rentenkasse ein oder nur bis zum 63. oder 64. Lebensjahr ein. Und damit ist sozusagen auch hier eine reale Rentenkürzung drin. Wir können sagen, wer dann mit 63 oder mit 64 in Rente gehen will, würde bei einem Renteneintrittsalter von 69 oder 70 Jahren hier doppelt bestraft werden. Erstens, er kriegt möglicherweise einen Riesenabschlag. Zweitens, er hat schon geringere Renten durch fehlende Beitragszeiten vom Rentenbeginn bis zur Regelaltersgrenze. Also, meine Damen und Herren, das ist alles Humbug, das ist alles Blödsinn. Rente mit 70, Rente mit 69 braucht hier keiner. Sollen uns doch bitte mal die Herrschaften der Politik erklären, wie ein Arbeiter auf dem Bau oder eine Krankenschwester im Krankenhaus, ein Pfleger oder Pflegekräfte im Pflegeheim, Leute, die im Straßenbau arbeiten, die hart körperlich arbeiten, wie sollen die bitte mit 70 noch arbeiten unter diesen Bedingungen, die wir hier in Deutschland haben. Das geht doch gar nicht. Also, lasst euch mal was Besseres einfallen, liebe Politiker, als immer darüber zu reden, den Renteneintritt nach oben zu schieben. Ja, so nach dem Motto, die Deutschen schuften bis zum Tod. Nee, so sieht das nicht aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.